Hi Leute und willkommen zurück zu The Legend of Zelda, Link's Reckoning. Wir haben uns jetzt eine Schaufel geholt und möchten uns ein Minischwimmer ausprobieren. Und Gangnet haben wir auch. Oh, was willst du schon wieder hier? Hm, du kannst noch nicht reinkommen. Ich bin mitten im Vorbau. Okay. Ich dachte, wir könnten jetzt was machen, wenn wir eine Schaufel haben. Toll. Toll. Hm, kann ich auch nicht durchschneiden. Kann ich hier? Nee. Toll. Das ist einfach gar nichts. Hm, wo kann ich jetzt hin? Na, das ist voll. Wir könnten eigentlich... Nee. Ach komm, das sind Bombenblumen. Aha. Oh, schade. Kann sie nicht kaputt machen. Hm. Hm, 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 hm. 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 So. Wir brauchen irgendwas, um Satten anzuheben. So ein Kraftanband oder... Keine Ahnung. Irgendwas. Krügel ist auf jeden Fall. So, wir gehen im Kreislaufen. Fantastisch. Ah, okay. Autsch. So. Hm, 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 hm. Hier brauchen wir auch schon mehrmals. Jetzt können wir überall rüberspringen, aber ich habe immer noch keine Ahnung, was jetzt das bringt. So. Ich brauche eigentlich was, um diese Schädel hier anzuheben. Zum Beispiel. Die kann ich komischerweise alle schieben. Hier habe ich ja gar nichts anderes, ne? Aber ich bin in einer Art Höhle. So, Bomben haben wir leider auch nicht. Boah, geh weg! Bomben haben wir leider auch nicht. Okay, die bleibt also bei uns, weil die können wir mal wieder rufen, sag ich mal. Das ist doch das Wichtigste, was wir brauchen. Irgendwas, um Steine zu verschieben oder Sachen anzuheben. Alter, das ist gerade das, was uns ein bisschen auffällt. Das können wir hier halt überall weiter. Das hat uns leider nicht geholfen. Hier hat auch nur Pulver für uns, da können wir nicht hin. Wir können ansonsten mal zum Strand nochmal gehen, da war ja auch nichts, ne? Was haben wir hier? Friedhof. Geh mal zur Steppel. Ach, dürfen wir auch nicht. Ah, ich war umschauen. Was hast du mal jetzt für mich da? Ich denke, war es im Maulwürfel. Na egal. Für mich bleiben sie zum Maulwürfel. So, da rechts komme ich leider nicht weiter. Wir gehen mal zum Strand. Ich habe keine Ahnung, wo ich wirklich hin muss. Oh, perfekt. Oh, ne. Musik mehr. Ich bin erst mal. So. Oh, den nehme ich natürlich mit. Hallo? So. Gut, hier links war das durch. Und dann kamen wir schon. Auch schon zu unserem Ziel. So. Ah, ha, 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 ha. Wir konnten doch auch auf einmal Karte auch noch irgendwas machen. Hier haben wir nichts, glaube ich. Okay. Hier können wir vielleicht rüber, wenn wir nach da rechts können. Oder hier ins Haus. Was ist das denn? Im Wohnpalast, ja. Da kann man auch noch nicht weiter. Telefonhäuschen. Angelteich. Tante Emmerland, ja. Da haben wir noch den... Oh, noch ein Telefonhäuschen. Ich dachte, da wäre vielleicht irgendwie noch dieser Brief-Heini, aber scheinbar nicht. Das Hexenhäuschen, genau. Kann ich da nicht hin teleportieren? Erinnerung. Nichts. Uhu, drei. Was sagt er denn? Nimm diesen Schlüssel, geh da mit zum Wohnpalast und suche dort nach einem Musikinstrument. Ja, aber das bringt mir ja nichts. Ich würde gerne nochmal reingehen in den Palast, aber ich fürchte, da wird nicht viel sein. Das ist niedlich, wenn man die so wegschiebt. Die Stacheln so ein bisschen einziehen. Voll cool. So. So. Ach so. So, wir haben hier ja auch noch irgendwie was. Das Hexenhäuschen macht nichts. Da komme ich mir auch nicht ran. Ich traue mir essen. Nö. Wofür habe ich diesen Strandabschnitt? Ich weiß es nicht. Okay. Wann ist dieses blöde Ding? Da oben? Nur eine Menge Schilder. Wow. Was mit dem? Auch mit dem Müll zu bewerfen. So. Wen hatten wir hier? Was war es kaputt? Ja, das war mit Dosen. Aber wir haben nichts, was am Stand gespielt wurde. Wow. Mit den Dingern hier kann ich auch nichts machen, ne? Nö. So, war es vielleicht hier oben gewesen. Da oben ist das, ne? Ja, da ist der Palaas. Okay. Wir müssen also eine Etage nach oben. Wir haben noch mal irgendwas darin machen zu können, aber ich habe das Gefühl, mir fehlte da was. Ich hoffe, es ist auch merkwürdig, wenn ich den Dungeon später noch reingehen muss, aber... Ich bin mal wegfetzen, ey. Voll gemein. So. Was muss ich tun? Bekomme ich noch irgendwas? Mann. Ich bin zu spät im Schlagen. Nein. Kann ich jetzt schieben nochmal? Nein. Ich meine, die Karte sagt uns ja auch nichts, ne? Nee. Wie gesagt, halt, wir können... So, genau. Hier waren wir, haben das Item geholt. Hier komme ich irgendwie nicht rein, weil dann noch eine Wand dicht ist. Und hier fehlt mir der Master-Schlüssel für. Aber hier habe ich noch eine umgeöffnete Kiste. Dann muss ich die ja haben. Das wäre sogar durchaus möglich. So, wir müssen links. Oh. So. Bin ich jetzt hier richtig? Nein, ich muss sogar nach... Ach, ich muss rechts rum. Ah, ha, 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 ha. Au. Ich bin entfört. So. Wir haben noch eine Kiste. Das war die da. Darf wir uns einen Schlüssel? Aber wir haben ja... Einen Schlüssel haben wir noch. Perfekt. So. Zack. Und öffnen. Ah. Ja, ja. Was haben wir? Den Master-Schlüssel? Oh, perfekt. So, ich habe mir direkt auf die Karte gucken sollen damals. Fail. Na ja, gut. Äh, ups. Das können wir jetzt noch direkt weitermachen. Oh, ich bin ein Trottel. Hm. Ach, egal. So. Auf nach oben. Au. Das war dumm. Und jetzt kommt der Schatz. Oh. Okay. So. Ich lasse sie beide aktivieren. So. Und jetzt könnt ihr durch. Danke. So, Boss-Raum. So, raus. Muldaum. Okay. Oh, ist das Ding zu? Eigentlich nur hier stehen bleiben, oder? Ja. Dann schützt mich vor dem Boss. Mach mit. Ah, Mist. Ach du Scheiße macht der Schaden. Ah, wir haben ihn. Nice. Sehr gut. Ah, sehr geil. Fußherzen. Du hast eine Herzkantina erhalten. Die maximale Anzahl der Herzen wurde erhöht. Und alle Herzen wieder aufgefüllt. Sehr cool. Ah, unser Musikinstrument. Du hast die Muschelgeige erhalten. Okay. Ich wüsste nicht, wo da die Muschel ist, aber passt schon. Ah, jetzt können wir ihn das Lied spielen, ne? Oder? Ich weiß, er es nicht in der Hand hält und dann nochmal selber spielt. Sumpf. Sumpf. Ein Weg öffnet sich. In den Blumen. In den Blumen. Okay. Ach, da wo die, äh, Dingens. Dingens sind. Die Piranhas. Was? Als hab ich immer noch... Moment. Ich komm hier aber immer noch nicht rein. Weil diese Wand da aufgesprengt werden musste. Müssen wir uns mal merken. Dass wir später vielleicht nochmal reinkommen müssen. Jetzt aber wirklich. So, ähm. Jetzt kommen wir auch endlich weiter. Ähm. Okay, hi. Uh, uh. 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 Das ist ein Instrument der Sirenen. Uh, uh. Ich hätte nicht gedacht, dass du es wirklich finden hast. Uh, uh. Dieses Instrument hat zusammen mit den sieben anderen die Kraft, den Windfisch zu wecken. Sieben andere? Wir müssen noch sieben finden? Uh, uh. Du musst dir alle sieben finden. Und ich habe die Aufgabe, dir den Weg zu zeigen. Okay. Uh, uh. Und führ dich dein Weg gegen den Sumpf. Äh. Schleimsumpf. Von da. Und da wär. Äh. Noch was. Ach ja. Ohoho. Hä? Hat er irgendwas verstanden oder hat er jetzt einfach abgebrochen? Mir was zu erzählen. Oh, okay. Nein. Ich wollte hüpfen. Wow. Ich verstehe immer noch nicht, warum ich das hier nicht machen kann. Ist so richtig? Hm. Das ist nicht mal hoch. Dann ist damit so fair, wie man kann man stellen. Ja. Was ist mit euch los? Nein. Hey, Juna. Es ist etwas ganz Schlimmes geschehen. Ja. Ganz schlimm. Die Moblins sind ins Dorf gekommen. Ja. Ganz viele. Eine ganze Gruppe von Moblins. Ähm. Mob. Äh. Möblons. Ups. Äh. Moblins. Dann sind sie zum Haus. Ja. Dem Haus von Komet und der Frau. Sie haben etwas ganz Böses getan. Oh ja. Das war vielleicht böse. Hm. Finde besser selbst daraus, was geschehen ist. Ja. Die sind hier ein bisschen, äh. Im Kreischen. Dein armer Hund ist weg. Wow. Das ist entsetzlich. Sie haben einen Komet entfernt. Die Mob. 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 Moblins. Warum hilft mir denn keiner. Und meinen kleinen Komet. Also. Die Moblins vermobbeln. Warte mal. Der draußen ist Komet. Und du. Du bist. Und mein Komet durfte doch auch irgendwas von bald machen, ne? Die Moblins sind ja auch Aluminium. Unglaublich. Okay. Ich hab immer gedacht, der kleine ist Komet. Aber nein. So. Befreien wir Komet. Die Säcke. So. Oh, das ist jetzt sogar noch. Sehr gut. So. Ha. Weg mit euch. Voll gemein. So. Du willst nicht das Gefühl, ich bin falsch. Ja. Ah. So ein Trottel, der da runterfällt. Haha. So. Nein. So, wo haben sie unseren guten kleinen versteckt? Äh, nö. Blödmann. Hier unten vielleicht? Hm, jetzt fahr ich irgendwie in den Gegend. So, die brauchen wir gerade nicht. So. Oh, alles auf einen Streich. Was sind die denn jetzt? Hä? Okay. Ich bin jetzt gefühlt. Ich weiß nicht, wo die sind. Dann will ich hin. Hm, ich muss durch den Wald. Ich laufe also irgendwie falsch. Nein. Ich laufe den Wald. So. Dann hier lang. So. Oh. Komet habe ich jetzt leider nicht gesehen. Ne, da oben waren wir schon. Müssen wir jetzt wahrscheinlich hier durch? Genau. So. Kann ich mit denen hier irgendwas machen? Nicht wirklich. So. Oh. Kann ich jetzt hier durch? Hä? Ach, scheiße. Nein. Huh. Wie ist es nicht? Ich kann jetzt durch die Dinger natürlich. Okay, das ist jetzt gar nichts. Okay, und die Dinger da stehen. Nee, ich dachte ich darf nicht bei, aber... Wow. Ich darf noch nicht rüberspringen. Hä? Hat doch gesagt, ich kann da durch, oder nicht? So, Erinnerung. Genau. Genau, die haben wir gefunden. Und jetzt kam der und hat gesagt, das ist ein Instrument, das sie wählen. Ich habe nicht gedacht, dass wir das wirklich finden. Dieses Instrument hat zusammen mit den sieben anderen die Kraft für den Schutz zu wecken. Du musst sie alle sieben finden. Und ich habe die Aufgabe, dir den Weg zu zeigen. Und führ dich dann weg in den Schleimsumpf. Im Norden. Und da war... Doch noch was. Ach ja, oh. Hä? Funde, zaubern wir schon eine. Äh, Null. Oh. Hm. Bin ich jetzt nicht hier im Schleimsumpf? Hm. Kann ich hier rüberspringen? Ist das auf der anderen Seite? Ne. Ich dachte, ich wäre ein bisschen höher jetzt und so, aber... scheinbar nicht. Ich werde mir wahrscheinlich sterben. Okay. Mal versuch wert. Okay, der erste geht am Overscreen. Mal versuchen. Jetzt können wir auch mal sehen, wo wir landen. Wow, mit einem Kampfgebiet. Okay. So, dann bleiben wir mal hier stehen. Probieren wir am nächsten Mal irgendwie weiterzukommen. Ich glaube, ich bin noch ein Schleimsumpf, oder? Karte? Schleimsumpf. Ja. Hm. Okay. Äh, ja. Gucken wir mal, ob wir irgendwie weiterkommen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.